Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stationers. Ich bin Dr. Wolfserz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, wir stehen hier vor unserem Gaslabor bzw. ja, eigentlich eher vor unserer künftigen Schmelzerei, die jetzt hier an dieser Stelle entsteht und wir müssen die Zuleitung des Gases in diesen Raum bauen und ja, wir haben es hier schon losgenommen. Ähm, die Frage besteht natürlich noch, wo wir künftig den Anschluss machen, also den Mixer und ich glaube, dass ich den hier an die Wand setzen möchte. Das heißt, das wäre mal der erste Schritt, damit wir nämlich wissen, wo die Rohre dran müssen, den Mixer hier zu platzieren. Ach, ganz schön grillig auf der Wand. Ah, schau mal. Okay. Ich kann so gut wie gar nichts erkennen. Ich werde mal kurz die weiße Wand entfernen und dann, ne, können wir auch sehen, was wir hier tun. So, Inventar ist natürlich wieder voll mit irgendwelchen Dingen, aber so gehört sich das ja auch, ne? Ja, super. Das kann ich jetzt nicht mehr abstellen. Also gut. Ja, das sieht doch eigentlich ganz sauber aus, so. Wenn wir es vielleicht nicht mittig, sondern hier hinsetzen, dann haben wir nämlich den einen Eingang rechts, den anderen unten und dann geht es links zum Ofen weiter. Von oben den Stromanschluss kriegen wir auch hin. Ja, ich würde sagen, so bauen wir es. Das heißt, wir müssen hier nochmal losnehmen, denn die Anschlüsse gehen hier ran und dann vom Inneren der Wand weiter. So, ja, warte mal. Ich lege nochmal ein paar Sachen zur Seite, weil irgendwie also die Sprühdose lege ich weg und die Sprühdose lege ich weg. Und dann können wir nämlich den Kram hier mal zur Seite nehmen und eben bohren. Das mache ich am liebsten von unten. Okay, ich denke, so genügt es schon. Dann sollten wir jetzt eigentlich alles anschließen können. Ich überlege, ob wir von dieser Seite anfangen. Und, äh, ja, ich glaube, wir machen das auch. Also, wir brauchen die roten Rohre und die weißen Rohre. Und dann gehen wir mit dem Sauerstoff hier ran. Moment, was ist Input 1? Das ist Input 2. Das ist Input 2. Dann würde ich hier den Sauerstoff tatsächlich dran machen. So. Und wir verlegen es relativ dicht unterhalb der, äh, unterhalb des Bodens, damit ich hier noch gut drunter laufen kann. Ja. Okay, jetzt Wasserstoff. Jetzt komme ich da nicht dran, oder was? Ah, wie ärgerlich. Ähm. Okay. Wieso ist das... Ach, nee, Leute. Jetzt habe ich versehentlich auf weiß gewechselt. Gut. Ach, das ist doch nicht zu fassen. Jetzt kann ich es wieder nicht wechseln. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, das läuft ja ganz hervorragend, was ich hier mache. So, okay. Und dann um die Kurve und noch einmal gerade. Und dann haben wir es bis da. Ja, ähm, jetzt können wir eben von innen den Zulauf zum Ofen legen. Und der Input ist unten. Das heißt, äh, ja, da möchte ich eigentlich jetzt wieder gelbes Rohr haben. Äh, ich glaube, ich hole mal eben ein paar andere Sachen. Wir brauchen nämlich jetzt auch nicht alles von dem, was wir dabei haben. Wo bin ich hier eigentlich? Äh. So. Sollte man schon richtig abbiegen. Verzeiht, bitte. So. Also. Wir brauchen nochmal gelbe Rohre. Wir lassen dafür diese Meter hier. Wir lassen das Ventil hier. Das können wir da unten rein tun. Dann haben wir hier unsere Farben. Und die Plastik-Sheets brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir auch. Okay. Und den Bohrer packen wir wieder da hin. Alphat der Ordnung halber. Dann sollten wir es jetzt hinkriegen. Wartet mal, das sind nur 8 Rohr. Das müsste aber reichen. Das könnte doch ein bisschen eng werden mit 8, weil wir ja von dem unteren Anschluss kommen. War doch jetzt der untere, oder? Ja, Input ist unten. Also. Gehen wir hier hin. Dann hier. Jetzt krumm nach oben. Und dann von da. Oh, ich hasse es. So, dann eben auf die Saat. Noch einmal gerade und dann einmal krumm und dann haben wir den Anschluss schon mal. Wir können auch schon mal das Verhältnis einstellen. Wir kommen jetzt mit Sauerstoff in Input 2 und das Verhältnis ist, wie gesagt, 67,33. Das heißt, Sauerstoff Input 2 muss auf 33 runter. Ok. Es wird, ähm, es gibt Diskussionen darüber, ob der Mix von 66,34 besser ist, aber die einhellige Meinung scheint zu sein, dass 67,33 besser ist. Ich würde es deswegen auch mal so einstellen. Also 67 Prozent Wasserstoff über Input 1, 33 Prozent Sauerstoff über Input 2. So, das Ding ist aus. Da wird also im Moment gar nichts gemischt. Und ja, wir trennen die Gase also bis wir hier in diesem Raum sind. Und erst hier haben wir die Gase. Und da wir hier auch die Temperatur bei, äh, ja, Null haben, also Abwehr sind eigentlich, aufgrund des Vakuums, werden wir hier hoffentlich keine, äh, spontanen Reaktionen der Gase haben. Äh, das ist zumindest der Grundgedanke, der dahinter steht. Okay. So, dann gehen wir unten weiterbauen. Und ich hoffe, dass das alles gelingt jetzt. Wir nehmen jetzt, äh, wir bauen abwechselnd. Also ich nehme jetzt erst das rote Rohr bis zum Ende. So, rot ist hier. Das heißt, ich werde hier abzweigen. Das macht, äh, für mich viel Sinn. Dann sehen wir nämlich hier auch direkt den Anschluss. Und das werde ich jetzt bei weiß auch eben machen. Aber dann in diese Richtung. Okay. Gut. Und, ähm, und, ähm, So, dann haben wir das erste Rohr schon dran und ich werde die jetzt tatsächlich mit dem Abstand bauen, weil ich dann hier auch durchlaufen kann, weil hier komme ich nämlich nicht mehr drunter her, oder das heißt, da hat es jetzt geklappt, aber naja, einfach aus Abstandsgründen. Wunderbar. So, die Anschlüsse hätten wir. Ach, das ist hier unten so chaotisch, ich würde das am liebsten alles nochmal neu verlegen, mit ein bisschen mehr Ordnung, aber es funktioniert für unsere Zwecke, von daher ist das für mich jetzt mal in Ordnung. So, jetzt muss ich hier noch wieder, seht ihr, da komme ich nämlich jetzt nicht rein, jetzt hänge ich hier fest. So, gehen wir hier lang. Wir müssen ja auch noch den Ablauf wieder haben, das heißt, hier vom Output in den Nebenraum und ich würde sagen, wir nehmen hier auch ein nicht isoliertes Rohr, was wir machen können, weil wir keinerlei Atmosphäre haben und eigentlich, ja doch, also natürlich, wenn wir nehmen Rohr, dann heißt es Gas trotz Atmosphäre oder, äh, nicht Atmosphäre, trotz Vakuum. Aber eigentlich dürfte es kein Problem geben. Eigentlich. Das ist so ein schönes Wort. Das bedeutet nur nicht viel. Wenn es dann nämlich nicht so ist. Ich werde mal das Ding eben versetzen. Wenn wir hier gerade sind. Ach, wir haben hier schon das, ah, okay. Ist aber nicht schlimm, wir setzen es hier drauf. Und dann können wir nämlich hier noch die Wand langziehen. Nehmen wir das noch los. Das und das. So, und dann werden wir hier nämlich einen Rundgang haben. Hier noch ein Fenster hin? Ich denke... Ich denke, nein, oder? Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Schön, wie die da oben so rumflattern, oder? Bis sie dann irgendwann runterfallen. Gut, dann noch einmal das. Und dann, äh, Vorteil ist, dass wir die Tür dann auch besser versteckt haben. Das sieht also besser aus. Also. Composite Window ist in dem Fall richtig. Und natürlich auch von innen. Und dann holen wir uns gleich noch ein paar Rahmen. Und wir können hier eigentlich schon verschweißen. Das heißt, ich hole mir mal jetzt alles, was wir brauchen noch. Also die Steel Sheets und die Gratings und alles, was fehlt. Rohre können wir weg tun. Ah, ich habe hier die Sachen ja schon alle abgelegt. Stimmt. Tja, und die farblichen Rohre, die würde ich jetzt wieder auf... Ähm... ...auf gelb resetten. Packen wir die ein. Und die. Und... Ja, noch ein paar Plastic Sheets. Schadet nicht. Und wo sind die Wall Kits? Die sind hier und fünf müsste reichen. Okay. Ja, komm. Wir schweißen das dicht hier. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, Window, Window, Window und noch ein Window. Ich mag das Rauschen in diesem Raum. Ich hoffe, dass man das in der Aufnahme gut hören kann. Okay, so. Natürlich habe ich jetzt zu wenig Glas dabei. Hier haben wir es von außen auch. Das können wir ja noch offen lassen. Wir schließen zuerst hier ab. Da ist es jetzt von innen. Okay. So, dann haben wir diesen Bereich fertig bis auf die Fenster. Die kommen gleich. Diese zweite Tür brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Gibt aber auch keinen Grund, sie rauszunehmen. So, und durch das lange, oder durch die beiden langen Rohre, die wir jetzt hier verlegt haben, hat sich natürlich der Druck, den wir vorher hatten, noch wieder auf einen größeren Bereich ausgedehnt. Und dadurch haben wir jetzt auch nicht mehr so viel. Sauerstoff sind nur noch 4,1 Megapaskal und beim Wasserstoff nur noch 2,6. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall nochmal wieder nachlegen. Sauerstoff. So. So, ich hol mal noch bisschen Glas. So, ich hol mal wieder. Okay, der Raum ist dicht. Hier ist dicht. Dann können wir jetzt wieder ein Vakuum herstellen. Wie im Vakuum auch sofort das Geräusch der APC nicht mehr übertragen wird. Das ist halt schon echt genial, das muss man wirklich sagen. Gut, jetzt ist wieder ein bisschen Sauerstoff rein. Es ist von diesem Raum hier reingekommen. Jetzt haben wir hier wieder Atmosphäre. Und jetzt hört man es auch wieder. Es ist schon echt, das sind kleine, feine Details, die ich sehr mag. So, also wir müssen den Ofen eh anschließen. An Strom. An Strom. So, Outward, Active. Das heißt, hier wird jetzt rausgepumpt. Jetzt habe ich gar keine Rohre mit. Ah, wie blöd. Na gut, okay. Aber wir haben Plastik mit. Das hier noch wieder abzudichten. Äh, nee. Wir müssen noch Strom anschließen. So, ganz vergessen. Also, nochmal die Kabel raus. Und das machen wir jetzt. So. Okay. So, das Mischverhältnis passt. Null Kilopascal haben wir schon. Das heißt, es dauert nicht mal lange. Dann haben wir hier komplett Vakuum drin. Dann holen wir jetzt noch ein paar Floor Gratings. Und ein paar Rohre. Und dann müssten wir schon anfangen können, das Ding in Betrieb zu nehmen. Und ich glaube, dass wir das auch in dieser Folge noch machen. Und dann bin ich wirklich sehr gespannt, ob das alles funktioniert. Drückt ganz doll die Daumen, dass uns jetzt nicht die Base in die Luft fliegt hier. Und ich werde hier den Außendruck noch auf ein Kilopascal stellen. Weil in der Base ist es zwar zwei Kilopascal, aber es dauert halt immer so lange, hier die zwei zu erreichen. Und eins reicht halt. Solange wir die Base halt noch nicht komplett dicht haben, haben wir so wenig Druck. Und den aufzubauen, weiß ich nicht. Das ist immer irgendwie Blödsinn. Äh, so Rohre. Dann brauchen wir... Warte mal kurz, lass mich nachdenken. Äh, ich brauche auf jeden Fall noch einen Pipemeter. Gratings habe ich keine mehr. Das heißt, wir bauen welche. Ach, wie praktisch. Wir haben doch welche liegen hier. Okay, wir haben das komplette Eisen aufgebraucht. So, okay. Ich prüfe mal kurz die Filter hier. 62. 0. Ja, müssen wir bald erneuern. Jetzt habe ich die Datadisc nicht mit. Jetzt habe ich die Datadisc nicht mit. So, und jetzt haben wir hier auch wieder Vakuum drin. Das heißt, wir können das Ding abschalten. Ihm das Rohr verlegen. Okay, dann ist das Ding. Output. Ich gucke mal eben, ob die beide... Ja, die sind noch auf. Die machen wir erst mal zu. Dann wollte ich einen Pipemeter noch auf diesem Rohr haben. Das läuft ja hier raus. Das heißt, wir können das direkt hier hinsetzen. Damit wir sehen, wie viel Druck wir hier auf dem Gemisch haben, auf dem Stück. Und da der Pipemeter da hinten weit weg ist, baue ich hier auch noch einen drauf. Da geht es nicht. Damit wir sehen, wie viel Druck wir auf dem Output haben. Dann können wir nämlich hier sehen, falls da hinten ein Filter leer ist. Haben wir ja schon gesagt. Kann es hier sich stauen? Dann können wir das hier sehen. Und dann können wir zur Not noch schnell tätig werden. Okay, dann haben wir, denke ich, alles drin. Dann können wir jetzt die Gratings bauen. Mir ist sehr klar, dass wir momentan kein Überdruckventil mehr haben hier für das Gemisch. Das müssten wir ja auch wieder abführen. Grundsätzlich, glaube ich, können wir ohne, weil wir hier genau aufpassen können und dann abschalten können, wenn wir den gewünschten Druck erreicht haben. Und da wir das Ding nicht ohne Aufsicht benutzen, müsste es eigentlich auch nicht zu, oder dürfte es eigentlich nicht zur Katastrophe kommen. Drückt mal die Daumen, dass ich recht habe. So, okay. Ich hole mal was zum Schmelzen, weil ich habe jetzt gar nichts an Erzen da. Dummerweise. Die müssten wir dann künftig hier drin lagern oder vielleicht über Schuze hier rein transportieren. Damit wir nicht ständig durch die Schleuse müssen, um Erze reinzubringen. Und natürlich müssen wir auch hier den Furnace dann an das Barren-Output-System anschließen, dass es alles unten in die Maschinenhalle geht. Das kriegen wir dann auch noch irgendwann hin. Das ist aber jetzt zweitrangig. Jetzt würde ich wirklich erstmal, ich hole mal eben was Einfaches. Nur für die erste, für den ersten Test und die Inbetriebnahme. Moment, die Ecken. Die Ecken will ich auch noch verschönern. Das mache ich aber auch nicht jetzt. Jetzt steht der Test des Furnace im Inneren der Base an. Ach, wir haben hier so viele schöne Sachen liegen. Ich werde das mal kurz zusammenfassen. So, Gold. Oh, dann haben wir einmal 50. Kupfer. Haben wir auch wieder einen vollen. Und ich würde sagen, wir machen einmal Stahl unten. Äh, 3x50 haben wir schon. Einmal Kohle 50. Äh, das Oxide packen wir jetzt hier mit rein. Obwohl, nee, das lösen wir unten auf. Und, Moment. Dreimal Eisen, einmal Gold machen wir. Okay, ja, ich denke, das ist erstmal genug da. Okay, hier habe ich den Rest noch abgebaut. Und dann gehen wir mal. Wir hätten hier auch noch einmal Stahl fertig als Mix. Nehmen wir das doch auch noch mit. Und dann tun wir unser Bestes. Ich habe inzwischen auch eine Tabelle mit den neuen Mischverhältnissen. Ähm, Moment. Nicht die Mischverhältnisse, sondern die Temperaturverhältnisse oder die Temperaturanforderungen. Wir brauchen nämlich jetzt für den Druck von Stahl müssen wir mindestens einen Megapascal haben. Und wir brauchen mindestens 900 Kelvin Temperatur. Und, äh, ja, die Liste ist jetzt aktualisiert worden halt. Ich packe mal kurz ein paar Sachen noch weg. Nämlich die Datadisc. Ach, Gott. Datadisc. Die Pipemeter. Die Gratings. Und die Rohre. Dann gehen wir rein. Ich werde einmal speichern. Und dann werden wir es versuchen. Speichern wir jetzt. Okay, gespeichert ist. Die Tür ist offen. Wir können loslegen. Wir machen zuerst das Reagenzengemisch hier. Dann ist das weg. Oder sollen wir erst das Oxide machen? Ja, komm. Wir machen erst das Oxide. Dann wissen wir schon mal, ob das funktioniert. So. Activate. Erstmal einschalten. Ach, jetzt haben wir hier den... Ah, wir müssen es aufmachen. Den Output. Äh, Output. Alles raus. Und weg damit. Hab ich schon weg? Ja, ist schon längst leer. Man hört irgendwie keine Geräusche von diesem Ofen. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Ja, klar. Wir hören keine Geräusche, von wem Vakuum es sind. Ah, ja. Stimmt, Leute. So, jetzt hört man immer dieses Pft, 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 Pft vom Ofen. Aber der Deckel ist jetzt aufgegangen. Okay. So, noch 200... 600... 500 Kilopascal hier drauf. Aber das geht ruckzuck weg. Ja, wir haben hier nur ein Output von 100 Liter pro, was weiß ich, Sekunde oder keine Ahnung. Das dauert dann ein bisschen länger. Das ist nicht so wie bei dem anderen Furnace, wo der einfach alles innerhalb von einer Sekunde wegbläst. Das heißt, hier muss man ein klein bisschen Geduld haben. Aber so überfordern wir auch unsere Filterung nicht. Das ist, denke ich, schon ganz okay. So, wenn der leer ist... Wir haben noch Temperatur drin, 260 Kelvin. Ja, Temperatur, ne? Weiß ich nicht, wie viel sind das jetzt ungefähr? Keine Ahnung. Ich habe den Umrechnungskurs gerade nicht im Kopf. Aber wir müssen warten, bis der leer ist. Sonst haben wir da irgendwie ein unreines Gemisch drin. Aber weiß ich nicht, ob die Verbrennung gut klappt. So, worauf wir jetzt hauptsächlich achten, ist hier die Temperatur gleich. Dieser Bereich, damit wir wissen, ob wir hier Temperatur an die Base abgeben. Denn das wollen wir natürlich... Dafür haben wir den ganzen Aufwand jetzt gemacht. Das wollen wir halt nicht. Ach Gott, das dauert ja wirklich ewig. Jetzt ist er leer. Ich will kurz kontrollieren. Ja, okay. Ist leer. Da machen wir den Output wieder zu. Jetzt stellen wir unser Gemisch her. Und, naja. Ich speichere jetzt nochmal ab, weil ich habe jetzt halt das Zeug aufgelöst. Also, kleinen Moment. Okay, so. Also. Das Verhältnis ist korrekt. Wir aktivieren und schauen hier nach, wie viel Druck wir kriegen. Und ich würde jetzt mal hochgehen auf 1 Megapascal. Oder wir gehen hoch auf 2. 2 Megapascal Druck in diesem kleinen Rohrabschnitt. Das ist also nicht so viel. Jetzt, äh, oh Mann. Kommt die Stunde der Wahrheit. Jetzt lassen wir das hier reinlaufen. Das heißt, Input drehen wir auf. Wir nehmen mal 1 Megapascal hier rein. Okay, 1 Megapascal gefüllt. Wir aktivieren das Ding. Und wir haben keinen Temperaturausschlag. Wunderbar. Wir haben eine sehr hohe Temperatur. Und kriegen jetzt hier hoffentlich unser Stahl gespolzen. Ja, wunderbar. Das sieht hervorragend aus. Da ist er. Stahl. Perfekt. So, machen wir direkt noch einen. Temperatur reicht noch. So, die wahre Prüfung wird gleich noch sein, wenn wir die heißen Gase in die Filterung entlassen. Ob es da Probleme gibt. Ja, wir haben immer noch genug Hitze. Sehr schön. Und jetzt machen wir noch Gold. Gold brauchen wir mindestens 600 Kelvin. Das haben wir ja locker noch. Wir haben das Doppelte. Ja, und dann haben wir alles geschmolzen. Und was wir jetzt dabei hatten für unseren Test. Das heißt, wir können den Ofen... Ja, wir können ja ruhig anlassen. Wir müssen jetzt ja entleeren. Dazu muss die Pumpe ja laufen. Also, wir gehen jetzt Output und schalten aus. Und entlassen alles in die Filterung. Und hoffen, dass uns da jetzt nicht alles um die Ohren fliegt. Aber es sieht sehr gut aus, würde ich sagen. Der Druck ist jetzt nicht so krass. Sinkt schon wieder. Und ich würde sagen, wir haben es echt geschafft. Ich bin begeistert. Wir haben hier jetzt noch ein bisschen Rest gemischt drin. Wir haben von den 2 Megapascal nur 1,6 verbraucht. Die können wir jetzt nicht so einfach entlüften. Die lassen wir einfach hier drin stehen. Wir wissen einfach, dass wir hier jetzt noch ein bisschen fertiges Gemisch drin haben. Für den nächsten Brennvorgang. Also, das finde ich gar nicht so verkehrt. So, das Ding ist gleich leer. Ich glaube, wir können es einfach laufen lassen. Hier, das sieht völlig ungefährlich aus. Dann verlassen wir den Bereich. Der Ofen kann so viel Strom ja nicht verbrauchen, oder? Vielleicht prüfe ich das lieber. Indem ich einmal... Ach ja, stimmt ja. Mit dem Strom war ja was. Aus irgendeinem Grund funktioniert der Network Analyzer im Moment nicht. Aber gut. So, wir gehen raus. Upsa. Bin ich beinahe gegen die Tür geflogen hier. Hervorragend. Ich bin total begeistert. Ich gucke mir jetzt noch auf der anderen Seite einmal an, wie viel Druck wir so in den einzelnen Behältern haben. Und wir verwerten jetzt im Grunde 100% wieder. Das heißt, wir schmelzen und das ganze Gas-Output und auch was da an Gas-Output entsteht, das sind ja auch andere Stoffe, CO2 und was weiß ich noch. Das landet alles in unserer Gas-Filteranlage. Ein ganz, ganz, ganz toller Fortschritt, finde ich. So, und hier ist die Temperatur 32 Grad. Also hier ist es warm, weil wir hier heiße Gase eingeleitet haben. Das heißt, diesen Raum werden wir künftig noch kühlen. Hier kommt eine Klimatisierung rein. Aber alles in allem ist das schon okay. So, wir können hier schauen. CO2 4,6. 2,5 bei Wasserstoff. Stickstoff 3,2. Sauerstoff 4,6. Wasser haben wir 7,2. Da haben wir immer schon viel. Hier ist nichts drin und... Oh. Oh. Wir haben richtig viel Pollutens. Das ist aber gut, denn da werden wir unsere Kühlung mit betreiben. Unsere Klimatisierung. Und das ist dann auch, denke ich mal, Thema der nächsten Folge. Ich denke, ich lasse mal die Türen auf. Na ja, klar. Gut, dass es da warm wird. Wir könnten die Gase natürlich noch kühlen, indem wir das Rohr einmal zum Beispiel nach außen führen. Über Radiatoren abkühlen an die Außenluft und dann wieder reinführen in die Filterungsanlage. Aber das ist, denke ich mal, Zukunftsmusik. Jetzt packe ich noch unten die Barren rein. Und dann haben wir es für heute geschafft. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin. Alles Gute. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfserz. Ciao.